7.44 Uhr, äh, 7.47 Uhr, boah, Zahlendreher. Nicht schon wieder, Ratten? Hmm, okay cool, let's go do this on the side. Um, is that in fucking plastic cool? Porcelain lizards? They look new, out of place with the rest of this old beat-up stuff. Hmm. Hmm, is total... Is total... Hm. Ich mach halt alles kaputt. I have to go through with it. I have no choice, for Sean's sake. Hmm, that's good. Oh, that's good. Ist ja, da war jemand kreativ. Oh, eine Gecko-Tür. Erinnert ein bisschen an wir sind in den E4-7. Nur die Türen waren ekelster. Das sieht so harmlos aus. Wäre da nicht dieses Tablet. Oh, das sieht aus wie jemand Feuer gewesen. Von der Wohnung ist auf jeden Fall nicht viel übrig. Ja, gut, GPS. Stimmt ja. Ich hab nicht mal ein Messer. Nein, 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 nein. Ich brauch den Alkohol. Brauch den. Scheiße, ich kann mir nichts anderes anfassen hier. Brauch den aber definitiv noch. Alter, ich hab nur 5 Minuten. Oh, ich will den Alkohol mitnehmen. Nimm den Alkohol mit. Gucken wir mal, ob noch ein Bad was ist. Gucken wir mal, ob noch ein Bad was ist. Oh, ne Säge. Okay. Hm. Noch mal Hände waschen will ich nicht, kostet mir zu viel Zeit. Wir haben ein Messer. Ich habe Alkohol. Trink. Der ist schön, Reigendorfen. Komm noch ein. Bis dir alles scheißegal ist. Und die Flasche leer. Ich kann nicht hinziehen. Nicht zu schochen her! Wir müssen! Weißt du, dass der Alkohol noch? nicht zu schilibren bzw. wenn sie sch coefficients sind schmack wie soll ich denposel? Was nicht er? Ha ha! Ah ha! Ah ha! Ah! Ah! Weint gleich mit! Under the desk! Alter, nimm die Fingerkuppen mit, vielleicht können wir es noch retten. Ah! Ah! Ein armiger Bandit! Ah! 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 Atted oldies! Ah! 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 Also, wir sind echt krankenhausreif. So können wir doch nicht mehr Auto fahren. Total besoffen. Und unter Schmerzen. Ei, ei, ei. Ei, ist kalt durchgezogen. Oh, nee. Vorhin ist es unterm Tisch vorsteckt. Mit der krassen Brille von unserem hier, ne? Von dem Typen hätten wir das easy haben können. Nein. 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 Medicine! Meine Medizin für die Seele! Wir müssen mich jetzt irgendwie da rausschleusen. Also Ethan. Warte, Alain? Sie ist in der Nähe. Vielleicht ist sie da drin. Wir wollen nicht jemanden mit dem Mars rauskommen. Ethan, was ist passiert? Die Polizei, sie sind da. Ich glaube, sie sind hier für dich. Wir müssen einen anderen Weg raus. Shit. Was ist er da drin? Wir müssen uns beeilen. Toll. Vielleicht, dass er auch so gut kann. Komm schon, zieh durch. Komm schon. Nein. Nein, nein. Ich habe keine Zeit für sowas. Hopp, 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 hopp. Geht doch. Shit. It's too high. Ich drück doch. Spam. Wir haben keine Zeit. Nein. Schnell. Schnell. Stephen. Oh Gott. Komm, du bist doch ganz. Du klingst nicht alleine. Komm, du bist doch nicht. Ich schraue. Komm schon, schnell. Ich kann nicht. Hände in der Luft. Scheiße. Lieutenant. Es gibt ein Mann und eine Frau aus dem Alley. Eine Frau? Scheiße. Es ist die Frau, die in. Alle, alle, nach unten. Sie sind in der Alley. Segen sie. Der Subway. Boah. Zum Glück staut sich hier gerade. Ich habe keine Zeit dafür, Leute. Und weg. Wie viele Fingerkuppen haben wir uns eigentlich abgesäbelt? Ah, sein Nemesis. Augen zu. Mach die Augen zu. Was ist das? Wir müssen weitergehen. Ethan. Ethan, sie kommen. Sie kommen. Alter, er ist bei Verletzten. Auf dich hört keiner. Ich springe doch nicht vor die Bahn. Alter, lass mich durch. Mann, lasse mich durch. Komm schon. Woher kommt das hin? Ich habe erst gesehen, dass wir die Bahn nehmen können. Es ist nicht empfehlenswert, das zu tun. Wir müssen auf dem Train, Ethan. Ich habe das gesehen, dass wir die Bahn nehmen können. Die hinter uns hat auch angehalten. Oh Gott, wie sollen wir das jetzt verarzten? Flüchtling! Flüchtling! Als ob das was Gutes wäre. Oh Gott. Oh Gott. Sie ist so nett. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Bist du dumm? Wir sind ein Opfer. Und Mörder. 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 Warum bist du in der Wohnung? Warum kannst du das nicht auf die Polizei sagen? Und sie sagen was? Dass ich ein Schizophrener, dass ich seine Begräufe, dass er seine Begräufe, dass er seine eigenen Sonnen hat? Sie haben mich niemals verlassen. Und ich muss frei sein, um Sean zu retten. Ich habe keine Wahl. Ich bin seine einzige Chance. Wenn Sean aus dem Gefahr, dann werde ich mich in. Aber nicht bis dahin. Du kannst nicht weitergehen. Du kannst dich nicht weitergehen, Ethan. Findet Sean ist die einzige Sache, die wichtig ist. Es muss ein anderes Weg sein. Du wirst nicht verstehen. Der Zeit ist weg. Sean wird sterben in ein paar Stunden. Ich habe keine Wahl. Bitte, Maddison. Leave. Forget alles, was passiert. Es gibt nichts mehr, du kannst mir machen. Wenn du mir helfen willst, lass mich. Leave. Lass mich das machen. Wie viele Origamins haben wir noch, weil wenn er sagt, er stirbt in ein paar Stunden und das sind wirklich nur noch ein paar Stunden, weiß ich nicht, ab wir das schaffen. Ficken Sie ein Bild und holen Sie sich Ihre Belohnung. Ficken Sie ein Bild Wen müssen wir erledigen? Okay, es war ein Finger. Der Kleine. Der ging am besten durch. stro Standing Dremen Drei Law Oh nö, ich will weiter. War so schön. Problems with the investigation? Blake is convinced that Mars is the killer. Not you. I thought there was some evidence to that effect. That's true. But it just doesn't make sense. His psychological profile doesn't fit. Neither does the geolocalization. I can't see this father drowning eight victims before kidnapping his own kid. Mars is not the origami killer. I'd stake my life on it. Then who is? I haven't the faintest fucking idea. Maybe you should review the evidence in your possession. That's just what I was thinking of doing. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you-know-what. It can be dangerous. Very dangerous. I'm trying to keep a handle on it, but... That's difficult. It gets more and more difficult. He'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. Well, well. Looks like there's something new. Well, well. The video recording from near the park on the afternoon Sean Mars disappeared. I doubt there's anything on it, but you never know. I'm cooking. A Chevrolet model corresponding to the tire prints passed at 1602 heading for the park, when in the opposite direction at 1637. That could fit the time that Sean Mars disappeared. Could it be the killer's car? Yeah, good. I understand. Ah, pity we can't see the driver's face. The car was stolen. Let's see. A certain Jackson Neville was suspected of stealing it. But the charges were dropped. Not enough evidence. Okay. It's a crap. But the car was stolen. Can we have something to do? Wait. There's a car. We didn't have that. We didn't have that. Jaxon Neville aka Mad Jack Involved in several cases of buying and selling stolen vehicles Considered to be very dangerous This guy might have provided the killer with a car It's a pretty slim lead but it's all I have right now Oh, one last thing sir You should be careful not to overindulge in you know what It can be dangerous It can be dangerous Shit, it's coming Tryptocaine The tube is on the bedside table All I need is to take some And the pain will go away I should resist This is going to kill me I know I can resist I just need to stay in control And do something until it goes away This is going to be a little bit more I'm sorry we should have started Oh yeah Oh yeah Oh, oh. Komm schon, sei ein Mann. 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 Komm, reiß dich zusammen. Kann man kalt duschen? Ich soll ja auch manchmal helfen. Ha, geschafft! Komm schon, sei ein Mann. Komm schon, sei ein Mann.